Hallihallo. Herzlich willkommen zu Let's Play Hertha. Richtig. Sehr schön. Schöne Anmoderation. Heute spielen wir zu Hause gegen Paderborn. Genau. Im Olympiastadion. Am 4. April um 15.30 Uhr. Und unser Schiedsrichter ist Dietmar Schönlebe schon wieder. Oh oh. Ja, egal. Und zwar, wir starten. Das kann ja was werden. So, herzlich willkommen im Olympiastadion. Und das Hinspiel ist ausgegangen. 1-1. Genau. Für uns. Nein. Ja, war Auswärtspunkt halt. Heute müssen wir gewinnen. Zehn Punkte haben wir vorsprungen. Wenn wir gewinnen, sind es 13. Und dann sieht die Sache schon wieder ein bisschen besser aus. Ja. Nach dem Fussspiel vom nächsten Mal gegen Hamburg. Ja. Ich hoffe, der Pfeift heute besser. Ja, wo wir richtig benachteiligt wurden, fand ich. Okay, wir haben es auch nicht verdient. Wir haben keinen einzigen Torschuss. Ja, aber wenigstens ja... Ja. Ja, das war ein halten Nackenschlag gleich in der dritten, vierten Minute. Egal. Heute spielt Ronny wieder. Yeah. Kalushiba. Super. Ich freue mich schon riesig drauf auf dieses Spiel. Ich bin top motiviert. Du auch? Ja. Hört sich nicht überzeugend an, aber okay. Wir werden sehen. So. Katschunga spielt im Sturm, ne? Ja, genau. Oh, Alter. Guck mal, 4-5-1. Aber was für eine defensive Taktik. Na toll. Das wird ein Anrennen. Kommen wir da überhaupt vorbei? Da sollten wir uns jetzt überlegen, vielleicht gleich auf sehr offensiv zu gehen. Damit wir die gleich hinten rein drücken. Was hältst du davon? Ja, können wir einmal ausprobieren. Probieren wir mal aus. Wenn das kritisch wird, vielleicht stellen sie auch auf Konter. Nein, hoffen wir nicht. Vielleicht spielen sie auch auf Konter, weißt du? Ja. Mit Stoppelkamm. Ah, der schießt dann wieder aus 80 Meter ein Tor, ja. Ja, ja. Muss ja nicht sein. Ja. Der Jute Hosegay. Ist das nicht Stoppelkamm? Ja, alles klar. Alle bereit und auf jetzt. Achso, wir wollten sehr offensiv gleich reingehen. Schön. Mitte. Ah. Nein, das wollte ich gar nicht. Aber schön ausgetanzt, Ronny. Ja, aber warum war ich auf einmal nicht mehr Schieber? Weil du nicht Schieber bist. Vielleicht bin ich ja gar nicht gegangen Schieber. Sehr schön. Ah, Hacke. Ah, sehr schön. Schieß. Ah, schade. Schön kombiniert da. Muss ich jetzt mal sagen. Ja, du musst schon hinrennen. Musst du ja nicht die Hände heben. So. Weißt ja auch nicht, was der da macht. Oh. Hab ich. Sehr schön. Ja. Hätte man auch pfeifen können? Oh. Zurück, zurück. Oder so. Ronny mit links. Der eigene Mann, ey. Das kann nicht wahr sein. Nein. Ah, das ist ärgerlich jetzt. Das ist wirklich ärgerlich, ja. Oh, oh. Versuchen wirklich zu kontern. Versuchen es, ja. Nein, 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 nein. Ich würde den Ball abkriechen. Ey, krieg auch keinen einzigen Spieler hier. Ey, kann nicht wahr sein. Ey, gib mir Kalou. Was soll's denn? Mann, ey. Schiegel? Ja. Wer sonst? Ja, stimmt. Alter. Da wollte er einen voll rausholen, glaube ich. Ja, kann sein. Oh, nein. Oh, nein. Unser, unser. Oh, nein. Nein. Wer hinkt denn da? Ja, es ist Stocker, Mann. Ja, der steht gleich viel auf. Komm, Junge, hoch mit dir. Noch einen linken Mittelfeldspieler können wir nicht verlieren. Das wäre richtig mies. Ich kriege keinen, ey. Ja, ganz ruhig. Mal austricksen hier. Runeido, weißt du schon. Boah. Oh, schade. Schön gespielt, aber. Schade, Schieber, schade. Schieb, schieb, schieb. Trägeg. Ich kriege die meisten Kopfbälle. Ey. Boah. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte auch gerade sagen, ey. Junge. Ah, Junge. Ach, da wäre gerade der nächste Gegner englend gewesen. So, jetzt. Mit Husugai Tor. Schuhe. Oh. Jetzt ab. Ich spiel mal lieber ein bisschen zurück. Außen. Wer war das gerade? Der hat verhandelt gebraucht. Oh, nein. Nein. Abseits. Nee. Okay. Den lassen wir mal in Abseits stehen. Ich habe es geahnt. Nein, ich konnte nicht mehr anders drücken. Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Ja. Alles easy, easy. Und in der Mitte. Und Kaludi läuft, 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 läuft. Oh. Der alte Mann muss nochmal auf Reisen gehen. Nein, nein, nein. Hm, klar. Ist ja geil. Weiter. Hast du? Ja, klar. Nein. Ach, schade. Ja, mit Ronny möchte ich zumindest mal ab und zu probieren. Ich glaube, die Taktik ist gerade gar nicht mal so gut, äh, schlecht. Ja, ich glaube auch. Schieber. Ah, schade. Oh, hab ich gesehen, hab ich gesehen. War aber bei Gespickler. Ja, die Fans sagen was anderes. Ja, die Fans sagen immer was anderes. Es sind auch härtere Fans. Ich gebe mal meine Mitte. Dann nach oben. Ja. Ja, schieber. Ah, schade, 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 schade. Ah, nein. Ja, Junge, Bonny schneller. Oh, komisch. Oh, oh, oh. Okay, unser. Ja, könnte ich nichts anderes machen, als weil ich schon mal da bin. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ja, unser. Ecke, sehr schön. Schön, schöne Sache. So. Fehlt ein Tor, ne? Ronny! Ronny mit dem Kopf, ey. Alter. Schade. Oh, war der knapp. Der war schick, knapp, ey. Aber er stand auch ganz alleine da, ne? Hehe. Ja, damit rechnet ja auch keiner, dass er mit dem Kopf da hingeht. Der hat vor allem Ronny mit dem Kopf. Sehr schön. Oh, okay. Halbzeit. Halbzeit. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir spielen ganz gut. 4.0 das Tor, ne? Ja, finde ich auch. Ja, wir spielen ganz gut. Dann schauen wir mal auf die anderen Plätze. Leverkusen, Hamburg 2 zu 0. Dortmund, Bayern 1 zu 0. Sehr schön. Das gefällt uns. Frankfurt zu Hause gegen Hannover 0 zu 1. Dann kommt Augsburg, führt 1 zu 0 gegen Schalke. Die Freiburger liegen zurück 0 zu 1 gegen Köln. Und Hoffenheim liegt auch zurück zu Hause gegen Gladbach, 2 zu 0. Aha. Weißburg liegt auch zu Hause zurück 0 zu 1 gegen Stuttgart. Und Werder Bremen zu Hause liegt auch zurück 0 zu 1 gegen Mainz. Was ist denn da los, ey? Voll komisch. Na ja, gut. Gummisch, gummisch. Ich fühle mich gummisch. Ich schmecke mich kaputt. Komm, lassen wir jetzt weitermachen hier. Ja, ich muss noch... Oh, guck dir das mal an, ey. Oh, Mann, ey. Da hast du ein Tor auf jeden Fall schon mal verdient, ey. Eigentlich schon, ja. Ey, das kann nicht wahr sein. Hab eigentlich hier gerade voll den Trick gemacht. Ja. Wolleido und so. Ja. Da verliert auch öfters hinbei. Weißt du, die können das machen und schaffen das auch noch. Aber wir nicht. Ja. Hä? Abseits. Nein. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das kann nicht wahr sein. Wasenmäher geschossen. Das kann doch nicht wahr sein. Da stand auch wieder alleine, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ah, rote Karte, weil es eine Blutgrätsche war. Er kriegt wirklich eine Karte dafür? Ey, ganz ehrlich. Das ist halt dieser Schiri, ne? Der geht mir voll auf den Sack. Torwart, hast du? Naja. Und jetzt stehen die nur noch hinten drin, ne? Da warten wir auf den Konter, ne? Warten wir auf den Fehler von uns. Da, da, da. War das knapp schon wieder, ey. Ey, das kann ich... Oh, Mann, ey. Schön mit Schnitt geschossen, habe ich extra. Ich habe gedacht, der geht schön in die Ecke. Was ist? Ja, schön daneben, ey. Ich kriege eine Panne, gern. Ja, lauf durch, ey. Ne, ne, ne. So, ich lauf mir wieder mit Schieber. Ne, Mitte, Mitte, Mitte. Ja, Jungs, ey, wir haben jetzt... Ey, die war Tränen voll. Die sollen auch mal mit nach hinten kommen. Auch wenn wir auf Offensive gestellt haben. Ja. Ja, keine Ahnung, was das gerade war wieder. Ja. Ronny! Oh! Das kann nicht sein, ey. Der will heute nicht rein. Ne. Wir haben so viele Chancen, ey. Hm. Ähm. Wir machen das mal so. Mal probieren. Okay. Kann er ja da aufnehmen. Macht er ja bei uns auch. Mit dem richtigen Leben. Oh nein. Äh. Was machen die denn? Ich hab das gerade gar nicht gecheckt, ey. Ich hab's gerade gar nicht so gewafft. Wollten wir uns wahrscheinlich ein Tor schenken oder so. Wenn er mal... Ah, richtig zum Kopfball gehen würde. Hm. Ah, sorry. Also, okay. So, weiter jetzt hier. Ich verstehe auch nicht, warum er da so ein Lolli passt, ne? Wir gehen jetzt auf totale Offensive. Bitte. Ja. Was für ein Ding. Was für ein Ding. Ja. Was für ein Ding. Ja. 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 Was sag ich? Benatira. 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 Und was sag ich? Guck mal den Pass an. Boom. Der kam durch. Und dann stand er frei. Schön gespielt. Schön gespielt. Schönes Ding, ey. Ganz ehrlich. Auch verdient. Hundertprozentig verdient. Komm, jetzt noch eins. Egal. Scheiß jetzt drauf, ob man Konter fangen und verlieren. Ist mir egal. Ich will jetzt noch ein Tor schießen. Können nicht gegen Paderborn zu Hause nur 1-1 spielen. Das geht gar nicht. Total unverdient auch. Wäre das. Sehr schön. Was? Ey, das war eine normale Ballabnahme, ey. Du Pfeife, ey. Von. Von. Ah, nein. Ja, wenn der. Das ist Schieber. Der braucht ein bisschen länger. Ja. Boah, wie er mich wegdringt. Aber ich noch gekämpft hab für den Kopfball. Was macht's? Ey, Stocker, ey. Du rickst mich grad voll auf. Weiter. Ja, mach ich doch. Was? Ey, Schiri, was bist du für ein Flachpfeife, ey. Ey, ganz ruhig. Das war wirklich ein Fall. Nie noch scheißegal. Der pfeift alles. Aber wir zeigen denen jetzt den richtigen Einsatz jetzt hier. So muss das sein, ey. Scheiß auf die gelbe Karte, ey. Ganz ehrlich. Wir haben genug Spieler, die das für die einspringen können. Oh. Ah, egal. Ah, 1-1. Wie im Hinspiel. Ja. Aber total unverdinkt, ey. Wir hätten viel mehr Tore schießen können. Ja. Haben nix draus gemacht halt. Ja. Das ist der Sack, die wollten nicht rein. Ja. Ja, manchmal verfrucht, oder? Ja. Ja. Na ja, was sollt, China. Ja. 5-1 Torschuss, ey. Tch. Ah, schauen wir nochmal auf die Tabelle. Dortmund hat gegen Bayern gewonnen. Ist dabei geblieben. 0 or 70 Torschuss. Immer noch 11 da. 31 Punkte. Hö. Immer noch 10 Vorsprung. Ja. Ist okay. Jo, wir verabschieden uns für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Ciao. Tschö.